Hi! Ich habe eben ein Video zugeschickt bekommen mit einer Aufgabe von Jochen. Bin jetzt mal gespannt, was der von uns will. Leute, es geht direkt los. Und zwar wollen wir von euch die Titelmelodie zu unserem Format haben. Das ist vielleicht nicht ganz so leicht, denkt ihr euch am Anfang, aber macht euch mal Gedanken, was ist emotional? Welche Musik berührt euch? Titelmelodien, die ihr kennt, die euch berühren, die ihr gut findet, wo ihr sagt, boah, das Ding, das habe ich so schnell nicht vergessen. Nämlich darum genau geht es, um den Ohrwurm. Diesen Ohrwurm-Charakter muss so eine Titelmelodie haben. Und wir fordern euch auch, schreibt mal dieses Ding, macht euch da eure Gedanken dazu am Computer, am Instrument, wie ihr das am liebsten mögt. Ihr kriegt das hin, da bin ich mir ziemlich sicher und ich bin gespannt, was draus wird. Also, auf geht's, euer Jochen. Ja gut, ich habe tatsächlich direkt die Titelmelodie von einer Serie im Kopf. Ohne Scheiß, diese Titelmelodie kann ich mir nicht anschauen, ohne mitzusehen und total abzugehen. Aber ich denke, ich probiere einfach mal ein paar Sachen am Klavier aus. Ich habe heute gerade auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ihr sich das vorstellt. Ob das mit Text sein soll oder ohne Text oder einfach nur wie zum Beispiel bei How I Met Your Mother, so eine kurze Melodie. Aber wenn es ja irgendwie so einen Ohrwurm-Charakter haben soll, ist mir tatsächlich gerade was in den Kopf gekommen. Und zwar habe ich mal mit einem Kumpel vor, ich glaube, einem Jahr eine Single gemacht. Und die Hook davon ist ein schrecklicher Ohrwurm, den man tagelang nicht los wird. Also mehr fällt mir gerade auch ehrlich gesagt nicht ein. Und ich finde, der Song ist eigentlich schon ganz geil und passend. Also fahre ich einfach mal damit dahin und schlage es mal vor. Ansonsten gibt es in der Infobox alle Links zu dem How to Music Kanal und den super geilen Musikern, die da alle mitmachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss!